So, Moin Wunderschön. Da bei dem Rhythmia wieder ein bisschen langsam ist, habe ich mir entschieden, kann ich die Zeit jetzt mal nutzen und mal wieder am Wochenende ein paar Aufnahmen machen. Ist jetzt das letzte Wochenende vor den Winterferien, von daher. So, ähm, was brauchen wir? Wir brauchen Back to the Ton. Nein? Ja. Okay. So, äh, eingestellt. Sehr schön. Klappe. Ich habe gesagt Klappe. Ja, kreis bin ich an. So. Ah, okay. Hä? Also langsam geht mir das Level hier echt ein bisschen nah. Wow. Ah, okay. Ich weiß ja mittlerweile, was bei dem Level los ist. Sonst war gar nichts. Äh, wo kommen wir wieder raus? Äh, 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 da kommen wir rein. Oder? Ich gehe mal weiter. Ne, hier kommen wir. Aha. Ist es überhaupt Monster? Ne, nichts. Keine Monster, keine Sequels, probieren wir mal. Interessant. Äh, die sind alle tot. Ja, eh, das hat er noch... Ne, ich doch nicht. Ich hatte gerade die... die 10 hier kam mir gerade aus einem anderen Level überkann vor, aber eben. Hab ich mich geirrt. schön aufgeräumt hier wie ihr es lesen könnt, geht es aus auf meine Station 3. Wir spielen nämlich genau diese Map, also zumindest diese Basis Station davon, dieser Bahnhof da, sehen wir jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal und in allen dreien Mal ist in diesem Level nichts passiert ach, das war ein großes letztes Stück, tschüss tschüss tschüss, tschüss tschüss